Ich hab scheiß Geld, aber ich mach trotzdem... Ja, er hat ja auch ganz viel Geld, er kann hier mitmachen, solange er will. Ich würd schon gern was spenden. Wär schon geil. So, Denergy bringt die 400. Doch wenn er jetzt allerdings nichts trifft, kein König oder keine 6, dann glaub ich, dass auch dieser Pott hier wieder an Anton geben wird. Aber das ist der König! Und die 4 ist auch dabei. Es kann auch sein, dass ich jetzt Scheiße habe. Ich sag mal so, komm, wir spielen heute einen schönen Pokerabend. Komm, machen wir 200, oder? Nee, nein, sagt Anton. Ich sag, alles klar, hauen wir die 2000 drauf. Nein, nein, nein. Nee, ich wollt's... Ja, genau, du hast recht. Scheiße, alles klar. Das ist noch gut, Kreuz hat keiner. Kannst du noch eine Karte? Achso. Anton bräuchte noch eine 4 oder eine 3, um an Denergy vorbeizugehen. Mhm, Anton, der Kiefer... Anton haut jetzt rein. Nee, nee, ich glaub, er riecht schon wieder rein. Wenn der jetzt rausgeht, dann ist das ein... Ganz langsam jetzt, die Ada ist sie. Dann wär ich den Sponsor für das nächste große Turnier. Das wär wirklich schlau. Du hast einen König. Hast du einen König? Ich hab ne Frau. Du hast ne Frau? Zu Haus. Nein, ich hab, äh, keine Ahnung. Ich hab bestimmte 10 oder ich hab 4, da hab ich einen Doppel. Alles gut, ich call. Call. Eine 4 oder eine 3 und das Turnier ist vorbei für Denergy. Kommt nicht. Scheiße. Leitst du's jetzt runter? Check. Wäre jetzt... Achso, nee, das ist zweimal Pinie. Zweimal Kreuz. Nicht rausgehen bitte jetzt, Denergy. Weißt du, warum ich 3.000 gemacht hab? Warum? Weil das mehr als deine 510 Chips nid. Geiler Typ. Echt? Nein. Doch, Digga, du hast nur 5 Stück, Digga. Schlau, wenn der jetzt all in geht. Komm, bitte. Nicht wegschmeißen hier. Weißt du was? Guck mal. Wer ich jetzt... Warte mal, hab ich überhaupt richtig geguckt? Glaub mir, Bruder. Du bist so ein gemeiner Mensch. Vor allem, wenn du so wenig Chips hast. Begebt das Risiko nicht, Digga. Denergy, enttäusch mich nicht. Warte, darf ich kurz überlegen? Ich bin sehr ehrlich zu dir. Ja. Der Anton liegt ohne Rot zu werden. 10, 9, 8, 10, 6, 5... Egal, fuck it, man. Du hast gewonnen. Nein! Was machen wir denn dann? Nein, das ist spannend. Ich find's ein bisschen spannend. Was für ein... Der Anton ist ein König. Und Denergy... Das war nicht die Entscheidung von dir.